Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 Lazy Farmers Projekt zusammen mit dem Domme und den Steini. Hallo, hallo. So, jetzt schauen wir mal. Da vorne steht mein Deutz. Steigen wir jetzt mal rein. Mehr Gras kommt ja erstmal nicht, ne? Gras nicht. Ihr habt gefragt, woher wir den Deutz haben und so. Und sowas. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ich habe einen Deutzmod eingegeben und der kam raus. Da durch mit meinem Bandschwader. Hatten wir eigentlich Heu gemacht? Sollte glaube ich ein bisschen was. Ja, ein kleiner Teil. Die NPCs sind wirklich Betonglöcke, die durch die Gegend fahren. Scheiße. Das wäre wirklich noch mal geil. Das ist ein realistisches Schadensmodell für die Fahrzeuge. Ja, gab es das nicht damals beim 17er? Keine Ahnung. Das ist das auch ein kleiner Teil. Also, das wäre noch mal geil. Wie immer das Ganze für die Fahrzeuge? Der hat das Ganze für die Fahrzeuge. Ich habe mich in seinem Hintergrund. Ich habe das Ganze für den Geist. När ich den Geist versuche mich noch mal geil. Ich habe das natürliche Video gemacht. Ich habe das Ganze für die Fahrzeuge. Jetzt habe ich es für die Fahrzeuge. haben wir ein traktor mit frontlader sollten uns dann zulegen das ist ein kleiner hof trecker irgendwie sowas weil das hexe gut hier aus dem silo ausbekommen ein bisschen was ist im seedmaker schon drin aber noch nicht alles sonst nein ich habe es noch ein für diese zwei fälle brauchen wir glaube ich nicht so viel wir könnten den kleinen fiat nehmen mit grundlader wen können wir nehmen den kleinen fiat den mod mit 58 ps ja gut es gibt schönere traktoren oder bessere matt traktoren was soll denn von den ford der hat keine frontlader mf den mf ja könnten wir auch nehmen den kleinen da oder was 3000 sieht noch schön aus ja den allrad aber ja ja kommt in immer kommt einer von euch oder oder wir nehmen den habe ich den jetzt gesehen den lindner lindner woher haben wir den denn beispiel hat davon klate du meinst den lind track 90 oder was ja könnte man auch nehmen ja wir würden können auch den mf nehmen mir ist egal mir ist auch egal entscheidet und wollen die zuschauer entscheiden lassen können auch den mannischen dem link track und dem mf und dem mf serie 3000 oder ja könnt ihr entscheiden und schreibt in die kommentare mf oder lindner und dann gucken wir mal was ihr sagt und entscheiden uns dann dagegen und kaufen dann trotzdem was genau ich meine jetzt brauchen wir ja sowieso erst noch nicht mehr habt ihr noch zeit ja kaufeln haben wir schon das steht alles schon bereit ja das habe ich schon gesehen haben wir auch eine konsole an den abend meine ich glaube nicht aber was wäre noch zu tun 12 könnte wieder vorbereitet werden so habe ich zugedeckt was ist denn mit unserem anderen feld ist das schon fertig vorbereitet 37 9 schauen wir doch mal was da jetzt noch muss kalken braucht das schmeiße ich mal kalk drauf na wir haben gar keinen kalksteuer werden noch investieren der ist ja nur für dünger dann können wir mal eben kalkstreuer ich guck mal eben eine garage nicht dass wir schon eingekauft haben was wollen wir auf der 12 ansehen ja was wollen wir darauf ansehen das ist eine gute frage weizen oder gerste etwas was stroh gibt hätte ich gesagt das können wir an den mann bringen oder an die frau was etwas was stroh gibt also weizen oder das spielt eigentlich keine rolle aber ich hätte jetzt gesagt weizen wobei gerste gibt im verkauf mehr normalerweise gerste gibt im verkauf mehr ok so wie ich es mir bis mir in den kopf steht bei mir das spielt unter das spielt hier hier am Was ist das? Was ist das? Ich habe den Traktor schlafen gelegt Ja ist ja auch Zeit für ins Bett Ja schon du jetzt Da vorne fährt ein Freezy Ja Da oben rechts am Feld liegt noch etwas Stroh, aber runter damit Aha ja ich fahre nicht so wie so unten links von dem her Ja wegen den 1000 fahre ich nicht mehr da runter Eine Kalkabholung haben wir hier nicht Sägewerk Außer vielleicht unten da beim Vierhandel Futterverkauf, Vierhandel, Fruchtverkauf Nee Dann muss ich mir ein paar Kisten kaufen In den nächsten 100 Folgen bin ich beschäftigt mit Ansehen Soll ich dir mal ab und zu ein Brötchen bringen? Ja vielleicht Oh oh Brauche ich kein Brötchen mehr Echt? Liegst du auf der Seite? Nein, aber das Spiel ist meine Seite überhaupt nicht gut mit mir Bist du da bereit, die Pause oder was? Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber gut, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und Und ja, in dem Sinne, viel, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Haut rein! Tschüss!